Ja, also wer Weihnachten 1942 in Steiningrad erlebte, ich glaube, der kann das nie vergessen. Da war ja kein Päckchen, da war keine Post, da war ja nichts, kein Wort von der Heimat, was uns hätte aufmuntern können, obwohl wir noch, wir haben also ganz primitiven einzelnen Bunkern so Weihnachtsbäumchen gebastelt, vorher schon, da haben Kerzen gemacht aus unmöglichen Sachen, dass wenigstens ein bisschen Licht erbrannte. Ich bin dann am Heiligen Abend auch noch von Bunker zu Bunker gegangen, da haben die Leute geheult und geweint und auch geflucht vielleicht, wie ich das auf dem Lazarett da auf dem Verbandsplatz erlebt habe. Die Leute hatten an Weihnachten gesagt, also wenn ich jemals heimkomme, das Weihnachtsfest, das vergesse ich meinen Lebtag nicht, ich brauche keinen Gabentisch mehr, ich brauche kein Geschenke mehr, ich freue mich, dass ich dann noch lebe. Also Weihnachten hätte, vielleicht hätte man sagen sollen, Weihnachten hätte gar nicht stattfinden sollen. Das wäre besser gewesen, denn das hat also die Gemüter so bedrückt und die Nerven wurden so dünnhäutig, dass jegliche Hoffnung auf ein gutes Ende, ein Überleben erstob. Wie war die Moral der Truppe? Wie war die Moral der Truppe? Die Moral der Truppe war ja, wie ich schon einmal sagte, die war einfach, ich lasse mich totschießen, denn Gefangenschaft ist, also ist das Ende. Ich bin selbst in Gefangenschaft geraten mit einer kleinen Pistole in der Tasche, weil ich mir auch noch sagte, ehe der Russe dann mich da an die Wand stellt und ich merke, jetzt will er mich abnallen, dann erschieß ich mich selbst. Und die Moral der Truppe, die auch erlebt hatten, dass ja welche, also erschossen wurden, dass die Russen auch keine Gefangenen machten in der Zeit. Also die das erlebten, sind auch Gefangene gemacht worden. Aber die erlebten, dass diese Leute, die es da ergeben wollten, umgebracht wurden, erschossen wurden. Da haben die sich gesagt, dann verkaufe ich meine Haut, ehe ich, wenn ich kaputt gehe, dann nehme ich aber auch noch ein paar Russen mit. Das hat so mancher wahrscheinlich in dieser Zeit gedacht. Wie war denn die Versorgungssituation zu Weihnachten? Was haben Sie gegessen? Und wie war die Situation mit der Kälte? Die Situation mit der Kälte, um das Letzte anzufangen, war für uns noch harmlos, weil wir ja in Unterständen waren. Und wir brauchten auch nicht raus, wir brauchten bei der Walke zu schießen, was sind die an die Schütze und dann sind die gleich wieder in die Unterstände. Das war also harmlos. Die Verpflegung war eine Katastrophe. Es wurde die Verpflegung gleich am Anfang halbiert, später wurde sie noch mehr reduziert. Es gab dann keine Sachen, die man vorher als selbstverständlich empfand. Da wurden Linsen eingeflogen oder Erbsen und so weiter. Die Gulaschkanone hat ja nichts mehr gehabt zum Kochen. Wir haben Pferdefleisch im Schneewasser gekocht und Pferdefleisch so gegessen, wie man heute so sagt. In der Not schmeckt auch Wurst ohne Brot, also ohne alles. Denn es gab ja fast vielleicht eine Scheibe Knäckerbrot oder auch mal zwei Scheiben. Es gab weder Zigaretten, es gab noch sonst etwas. Es wurden Pferde, die schon wochenlang vorher verendet waren und die dann aufgedunstend schon in Verwesung übergegangen waren, wurden mittels Handgranate so ein bisschen in Stücke gerissen und dann wurde das Pferdefleisch in Schneewasser gekocht. Und so lange gekocht, dass man gesagt hat, ist auch egal, was ich kaputtgehe. Also dann hat man das einfach gemacht. Nur das Gefühl, also was Hunger damals war, kann man nicht beschreiben. Da war schon praktisch die Endstation und auf dem Verbandsplatz, den ich ja nur einen Tag und eine Nacht erlebte, die hatten ja schon gar nichts mehr bekommen. Ich habe den Befehl nicht gelesen, nicht gehört, aber der muss bestanden haben, dass es hieß, an Verwundete keine Verpflegung mehr auszugeben, denn die brauchen wir für die kämpfende Truppe. Und es wurden zu dieser Zeit ja auch die Verpflegungsbomben eingeworfen. Das kam ja dann daher, die Flugzeugen kamen nicht mehr an. Die haben zum Teil die Verpflegungsbomben so eingeworfen und da sind Verpflegungsbomben nicht abgeführt worden. Das ist verständlich, denn vielleicht hat manche oder manche, die eine solche Bombe fanden, wurden sie dann unter sich aufgeteilt. Aber die Verpflegung war also echt eine Katastrophe. Und wenn ich heute aus dem Abstand der Jahre da zurückblicke, dann muss ich dem Russen nicht alle Schuld geben. Die Gefangenen, die 92.000 in Gefangenschaft gerieten, waren keine Menschen mehr. Die waren im Prinzip schon ein Frack. Die waren ausgemerkelt. Die waren halbwegs verhugert. Die hatten auch Erfrierungen und so weiter und so fort. Das waren im Prinzip keine Menschen mehr. Ich verstehe. Vielen Dank.